Hallo Fanclub! Ihr wart leider heute nicht alle da. Dano hat euch mal vertreten für alle. Dieses Video wird wahrscheinlich wieder öffentlich gestellt und ich rede nur scheiße. Ich habe heute gespielt mit Ulrike Frank und zwei anderen. Ein Promi-Doppel hier bei Gary Weber Open. Es war richtig cool, mein Aufschlag war richtig scheiße. Aber es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich will euch nächstes Mal alle hier sehen. Vielleicht nächstes Jahr oder übernächstes Jahr oder in drei Jahren. Mal schauen, wann ich hier wieder bin, ob ich hier wieder bin. Und ja, sonst noch irgendwas? Alles klar. Adios. Tschüssi.